Oh, okay. Aua. Lass mich. Aber aus den Räumen sind wir gekommen, ne? Äh, Junge, seid ihr nervig. Hat nicht geklappt. Hä? Ach ne, oben ist freigegangen, ne? Wir mussten hier hin. Hier mussten wir hin. Jetzt hat sich die Tür geöffnet. Aha. Tschüss. Der muss aber schon ganz schön viele Schlüsse in der Tasche haben, ey. Trophäensammlung. Okay. Und jetzt. Mario. Wow, das war falsch. Ja, ja. So. Haha, hab dich. War klar, dass da noch einer kommt. Das war klar, dass da noch einer kommt, ey. Haha, hab dich. Natürlich kommt da noch einer. Ach du, Spiele. Nein, wirklich? Wow, 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 wow. Ich muss das echt zumachen, jetzt mal. Na ja. Zack, hab dich. Mist. So, dann hol ich mir dich erst mal. Den anderen danach. Nein. Diese Bananenscheine, ey. Hab dich. Mist. Nämlich Bananenscheine, ey. Okay. Ja, 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 dich hab ich gleich. Komm her. Hab dich. Okay. Lass mal weg damit. Wenn ich mich kenne, würde ich nur wieder reintreten. Ein Schlüssel. Für wo? Ah, da oben. Okay. Moment. Boah, manchmal muss ich mich echt oft räuspern. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ooh, kleinchen. Nein. Natürlich. Ehrlich? Hau dich wieder. Hau dich wieder ab in den Trophäenraum, ey. Jetzt gibt's auch scheiß Räume, ey. So einen Mittelgang kann man ihn halt gar nicht kriegen, so richtig. Sehr gut, Luigi. Das war brillant, was du da an Technik gezeigt hast. Okay. Räuchern. Ah, fast die Hälfte. Junge, Junge. So. Das ist wieder eine Trickster-Tür. Diesmal kann die Tür mich nicht verarschen. Diesmal nicht. Mich würde nicht wundern, wenn da jetzt was Spezielles kommt. Schauen wir mal. Übrigens, was mir aufgefallen ist, bei der anderen Tür hat er in die falsche Richtung gedreht eigentlich zum Öffnen, ne? Macht man nicht immer nach rechts? Oder ist das egal? Dachterrasse. wirst du mal nach rechts? Ja. 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 Meinen jetzt. Ja. Okay. Hm. Aha. Hm. Ah ja. Dieser Alkensar Löcher hat es doch tatsächlich bis hierher geschafft. Da machen wir uns ja fast ins Hemd vor lauter Angst. Ich schätze mal, jetzt sind wir an der Reihe. Alles klar, Puhus. Es ist an der Zeit, unsere wahre Gestalt anzunehmen. Doch zunächst einmal werden wir ihnen einen ordentlichen Schrecken einjagen. Wie leckt das voll? Habe ich es mir doch gedacht. Hängen wir es mit Eis. Okay. 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 Hmm. Mistvieh. Okay. 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 Hier. Junge, Junge, ich muss das also auseinandernehmen, das Vieh. Das funktioniert so nicht, okay. Nein. Vergiss es. Ich verarsche ihn jetzt mal. Wie sind die eigentlich auseinandergegangen? Wahrscheinlich, weil er hier raufgesprungen ist, oder? Yep. Okay, gut zu wissen. Noch zwei. Hallo? Autsch. Autsch. Ja ja. Nee. Mann! Duun 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 duun.. Huh. Na ja. In mijn hier lang. Duu 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 duuau. Nein, vergiss es. Hab dich. Mann, bleib doch mal hier. Viele sind es halt nicht mehr, ne? Hallo. Ach ja. Na komm her. Okay, das hat diesmal nicht geklappt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Das ist schwer, die zu kriegen. Junge, jetzt setzen sie sich wieder zusammen. Hallo. Junge. Junge dich. Komm her. Junge. Junge. Junge ist das schwer, die zu kriegen. Okay. Ey, was soll denn das? Sich jetzt noch zu kriegen, ist verschwert. Sauer. Hat er mich voll erwischt. Warum ist Luigi eigentlich immer so langsam? Oh. Okay. Hä? Ich hab dich. Hab dich. Es sind nur noch zwei, okay. Ich hab dich. Es ist nur noch du. Okay, das klappt noch nicht. Junge, die Stahl ist so doof. Oh, hey, 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 mein Geist, mein Geist. Oh, hey, mein Geist, mein Geist. Warum krieg ich ihn denn nicht? Oh, man. Wie soll denn das funktionieren, den noch zu kriegen, ey? Mann, das klappt aber so nicht. Das ist ätzend. Dann brauchst du mal so lange, das zu aktivieren, ne? So krieg ich ihn halt nicht. Wieso, mein, den letzten dann kriegen? Ich sag ja, der braucht von lange, das zu aktivieren. Warum können die denn da rausfliegen? Hm. Missfiek. Ah. Gott, das ist so ätzend schwer. nein nein mein gott und direkt kann aber auch instant wieder abbauen ich habe ihn schmiede nicht gekriegt warum nicht oh man ey daneben nicht und ich höre immer in den rein kann man ihn dann kriegen junge ist das erstens die weg du mal geist ja 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 Okay, okay. Junge, du Mistvieh. Ha. Mann. Warum krieg ich den denn nicht? Der ist immer viel zu schnell weg. Der ist halt wirklich immer viel zu schnell weg. Hm. Hm. Ich müsste den noch kriegen, so. Oh, Mann. Nämlich ein Mistvieh. Wann krieg ich den denn nicht? Boah, ist das ätzend. Aber da geht es mir. Ja. Ich gebe uns den, ich nehme den Film, so. Ich nehme die Ausbildung. Ich nehme die Ausbildung. Ich nehme die Ausbildung und nehme den Film zu. Snowfl educating. Sof es ist auch das Ellen Ktof. Sof es geht es. Sof es kommt. Hm. Mann, 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 dieses Vieh. Hm. Ja, taucht doch damit einmal auf. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Wow. Wow, 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 was war das denn jetzt? Junge, Junge. Hm, hm. Ich hab richtig viel Leben verloren. Ich hab den Schlüssel. Genau, da drüben. Luigi, hörst du mich? Bin ich erleichtert. Der weiße Nebel hat das Signal gestört. Hm, du hast dort gute Arbeit geleistet. Warum schaust du nicht mal hier im Labor vorbei? Wir könnten uns den Anblick der Gemälde mit einem Abendessen verfeinern. Heute Abend werde ich ein altes Familienrezept zubereiten. Eingelegter Löwenzahn mit jungen Seebrocken verfeinert. Mit einer Dieselmarinade. Mit einer Dieselmarinade? Oh, Luigi. Oh, ich will. Junge, Junge, was war das denn? Uiuiui. Gute Arbeit, Luigi. Du bist ungefähr sehr zurückgekehrt. Dein Staubsauger scheint voller Geister zu sein. Was hältst du davon, wenn wir sie durch den Geisterportifiziere jagen? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Geister sind unsichtbar. Folglich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Und fertig sind unser unheimlich geistrechten Gemälde. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7. 7 Nun, wir haben es geschafft, die Geister wieder in den Bäder zu verwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Bist du gefangen? Bereich 3 Madame Lecaro Mr. Astral-Universum Okay Oma Adele Fräulein Petunia Volker Volltreffer Fortis und Wigbert Bulussussu 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 Dieser Name, ne? 16 Geister Haben wir jetzt Spielzeit Standard 5 Erster besiegt 116 Reichthümer 13.585.000 Gold Durch Gold haben wir 1,25 Millionen Durch die Scheine 8,06 Millionen Bahn haben wir 1,7 Millionen 1,7 Millionen 2,7 Millionen Span SAN 2,7 Millionen 1,1 Millionen 2,24 Millionen 6.000.000, 84 kleine Perlen, 29 mittlere Perlen, 3 große Perlen sind 10,1.000.000, 31,515.000.000, Okay, speichern. Ja, ja. 39 Geister haben wir jetzt. Jetzt für nur noch 11. So viele Wochen, lass dann bitte. Wo soll's hingehen, Luigi? Nähren zu. Obwohl, speichern einfach nochmal. Wir gehen mal zur Villa. So. Gut. Aber hier würde ich dann nämlich sagen, dann würde ich hier auch erstmal die Aufnahme beenden. Dann gehen wir aber am nächsten Mal wieder nach oben. Gucken, wo wir dann daheinkommen. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 1 für den 3DS. Bis dann. Ciao, ciao.